Hallo und herzlich Willkommen am Telestammtisch! Hallo und willkommen beim Telestammtisch zu besprechen von Problemista, dem Regie-Debüt von Julio Torres, einem Mann, von dem ich zuvor noch nie was gehört habe. Aber das hoffentlich ändert sich jetzt, denn Problemista scheint dann doch eine relativ gute Visitenkarte zu sein. Meiner Meinung nach. Wie die Schlogger das hingegen sieht, das werden wir jetzt in dem Podcast herausfinden. Hallo, ob ich heute eine Problemista oder eine Alles-Okay-Ist-Da sein werde, werden wir im Podcast ergründen. Okay, wie lange hast du dafür gebraucht? Der ist mir in dieser Sekunde eingefallen. Spontan aus mir heraus. Das glaube ich dir nicht. Doch, doch, ich schwöre, so klug und geil bin ich, das muss ich hier offiziell bestätigen. Ha, so gut bin ich. Nein, nein, du hast doch bestimmt, letzte Nacht lagst du doch bestimmt wach im Bett, kurz zu schlafen, hast gesagt, du musst irgendwie zum Einstieg für diesen Problemista-Podcast irgendwas Lustiges finden. Das ist das, das geht. Ich meine, ich muss sagen, ich finde das gut. Ja, manchmal passiert das, aber nein, manchmal wird das Gold einfach so in der ersten Sitzung rausgepresst. Da muss man sich nicht lange Gedanken vorher drüber machen. So war das jetzt. Aber auf der einen Seite, ich finde, das wäre ein sehr guter Start gewesen für unseren Podcast, denn Problemista zeigt uns ja auch, dass kreative Arbeit halt auch Arbeit ist, also anstrengend sein kann. Ja, zeigt er das? Ja, werden wir noch drüber sprechen wahrscheinlich vielleicht, eventuell. Damit ihr da draußen jetzt mal so ein bisschen abgeholt werdet, denn ich glaube, Problemista ist nicht der neue Blockbuster, wo jeder schon weiß, worum es geht. Schlogger, kannst du uns kurz erklären, Problemista, was ist denn so die grobe Handlung? Ja, also die grobe Handlung. Ich fand es gar nicht so leicht, als ich neulich versucht habe, es einem Bekannten zu erklären. Ich glaube, ich habe mich jetzt gesammelt und es kann es runterbrechen. Es geht um den jungen Alejandro, der auch vom Regisseur gespielt wird, Julio Torres, der gerne Spielzeugdesigner werden möchte in Amerika, möchte er sich gerne bei Hasbro bewerben. Aber wenn man sich bei Hasbro bewirbt, muss man in Amerika sein. So, ob das stimmt oder nicht, wird im Film manchmal angezweifelt. Man braucht ein Arbeitsvisum. Ein Arbeitsvisum, genau, braucht man sowieso, wenn man in Amerika länger als, was weiß ich, wie lang sein möchte. Sein Arbeitsvisum ist aber leider jetzt abgelaufen. Er stolpert aber zufällig über, ich weiß gerade gar nicht, wie sie heißt, sie ist aber gespielt von Tilda Swinton. Sie ist eine Kunstkritikerin, da fühlen wir uns ja gleich angesprochen, wir zwei. Elisabeth heißt es. Elisabeth, danke. Du und ich, Stu, wir sind ja auch hoch angesehene Kunstkritiker. Er wird sie auf jeden Fall treffen, über sie stolpern und sie hält ihm so die Karotte vor die Schnauze. Hier, wenn du mir hilfst, dann kann ich dir helfen mit deinem Arbeitsvisum. Elisabeth ist aber nicht die einfachste Arbeitgeberin, was wir auch ziemlich schnell feststellen. Alejandro ist da ein bisschen lockerer drauf. Jedenfalls geht dieser Film dann darum, wie diese zwei ein paar Tage miteinander verbringen und wir werden dann erfahren, ob er es schafft, sein Arbeitsvisum zu behalten, ob sie es schaffen, eine Ausstellung mit Namen 13 Eier ausstellen zu können, ob sie es jemals schaffen, mit einem Programm, dessen Namen ich schon vergessen habe, was auf jeden Fall nicht so gut ist wie Google Sheets klarzukommen und diverse andere Fragen werden in diesem Film dann aufgeschmissen und vielleicht oder auch vielleicht auch nicht geklärt. Vielen Dank. Ich glaube, ich bin nicht der Einzige, aber als ich den Film gesehen habe, dachte ich mir so, es ist so ein bisschen der Teufel trägt Prada in der Kunst- und Designwelt. So ein bisschen. Also ich hatte schon deutliche der Teufel trägt Prada-Vibes, gerade weil diese Elisabeth schon jemand ist. Wie soll ich es nett ausdrücken? Also ich bin echt froh, dass ich so einen Menschen bei mir im Bekanntenkreis nicht haben muss. Sie ist wirklich anstrengend. Sie ist eine Problemista, auf jeden Fall. Ja. Ja. Also wobei man ja sagen muss, bei der Teufel trägt Prada ist es ja so, dass die Figur von Meryl Streep ja wirklich sehr erfolgreich ist und alle wollen bei ihr sein. Und bei Elisabeth ist es ja ein bisschen anders. Die steht ja so im Schatten ihres damaligen Erfolges und hat sich, so habe ich es zumindest verstanden, durch ihre Marotten und Macken halt auch einiges verbaut. Ja. Also der Vergleich ist gar nicht so schlecht, wobei wir hier schon sehr viel künstlerische Erzählweise haben in der Geschichte und in der Inszenierung. Also die hat Macken, die hatte Meryl Streep, glaube ich, nicht so extrem. Die sind ja teilweise auch völlig unbegründet und wirr und durcheinander. Und dadurch, dass Alejandro da so ein bisschen, der sieht schon auch, dass sie problematisch ist, aber es stört ihn einfach nicht so sehr. Und das war dann ein bisschen anders als bei Teufel trägt Prada, glaube ich. Ja. Und natürlich, für Alejandro geht es ja auch wirklich um was. Es ist ja nicht so, dass er jetzt das macht, weil er unbedingt diesen Traumjob haben möchte. Gut, das auch. Aber für ihn geht es ja auch darum, dass er in den USA bleiben kann. Es geht ja auch wirklich um seine Existenz. Und es wird auch relativ gut gezeigt, dass ihm ja selbst von den Ämtern auch immer wieder Steine in den Weg gelegt würden. Wo du sagst, du brauchst das. Du brauchst Geld. Aber um Geld verdienen zu können, brauchst du dieses Visum. Aber dieses Visum bekommst du nur, wenn du das Geld hast. Und solche Sachen. Und er tat mir wirklich leid. Und ich muss sagen, dieser Julio Torres hat das, wie ich finde, diese Figur sehr gut verkörpert. Also er wirkte halt immer so ein bisschen gefasst. Aber auf der anderen Seite habe ich ihm schon geglaubt, dass das im Inneren brodelt ist dann hin und wieder auch mal ein bisschen. Weil er halt weiß, worum es geht. Es geht ihm nicht nur darum, dass er diesen Job haben möchte, weil er einen coolen Job haben möchte, sondern er möchte halt eben auch dieses Visum. Oder er braucht dieses Visum. Ansonsten heißt es halt bald wieder auf Wiedersehen. Und dann war es das mit deinem Träumen. Genau, also er will nicht den Job bei Elisabeth haben. Und ich hatte aber den Eindruck, dass er schon merkt, dass es anstrengend ist, aber von seinem Charakter her da einfach besser mit klarkam. Der weiß, worauf er sich einlässt und sagt, ja okay, die Frau ist verrückt, aber mich stört es nicht so sehr. Das war dann schon, fand ich, ein ganz angenehmer Ansatz. Und wie du auch sagst, der Film benutzt ganz tolle Bilder, um manche Sachen zu erklären. Zum Beispiel das mit den Ämtern. Da haben die ein schönes visuelles Bild gefunden. Oder auch Alejandro selber, der hat so eine Haarsträhne, die ihm immer so witzig absteht, so fast comichaft. Weil er, wenn er nachdenkt, da immer so dran dreht. Und so hat der Film ganz viele kleine Sachen, die uns die Charaktere auch so ein bisschen näher bringen. Also hier Elisabeth zum Beispiel. Elisabeth ist ein Mensch, und das fand ich total witzig, in ihrer ersten Szene, die immer am Handy aus Versehen und die Taschenlampe anhat, aber das nicht merkt und auch nicht checkt. Kennt ihr solche Leute? Sieht man manchmal in der U-Bahn. Und sie ist so jemand, der das nicht checkt, weil sie auch mit Technik überhaupt nicht klarkommt. Das wird auch nicht angesprochen, sondern so wird einfach direkt klargemacht, sie ist ein Mensch, der bei dem die Taschenlampe des Handys dauernd an ist und der sich wahrscheinlich am Ende beschwert, dass der Akku immer leer geht. Oder dass sie so Bilder benutzen, wie das Internet wird sich dargestellt in irgendeinem fantastisch aufgeladenen Bild. Das ist dann plötzlich ein Mensch, der in der Müllhalde steckt. Und so ist der Film ganz künstlerisch inszeniert. Ja, also die Inszenierung hebt ihn auch wirklich ab, würde ich sagen. Weil ohne diese Inszenierungssniffe wäre es immer noch eine sehr kurzweilige und durchaus auch amüsante Komödie, würde ich sagen. Aber es sind halt wirklich diese Elemente, die du gerade hervorgehoben hast, die diesen Film, ich sage es mal, besonders macht. Der ist erzählerisch, also alleine von der Geschichte her, ist der sehr stringent. Macht er auch jetzt keine so großen Experimente, aber wie er es erzählt. Das ist so, würde ich sagen, sein USP, wie es so schon heißt, sein unique setting point. Und macht ihn auch wirklich sehr interessant. Also ich glaube, wenn er das nicht hätte, dann wäre das so ein Film gewesen, wo ich sage, ja, war ganz nett, aber ich, ja, hab den jetzt auch drei Wochen später wieder vergessen, aber so hat er auch was sehr sympathisches und charmantes, durch diese Eigenheit, finde ich zumindest. Ja, auf jeden Fall. Also das hat den Film schon besonders, er fängt ja auch an mit der Kindheit von Alejandro und seiner Mutter, die Skuteurin ist, ich weiß jetzt nicht, wie der richtige Begriff ist, oder Architektin. Und da fängt es schon an mit, dass ich nicht ganz wusste, okay, was ist jetzt real und was nicht. Und da wird so ein Haus gebaut, was total cool aussah. Und es ist so eine Rahmenhandlung, die dann erzählt, wie die Mutter ihren Sohn beschützen möchte, dass er nicht einem Monster in die Hände fällt. Was schon gleich den Einstieg als so fantastisch zeigt. Da muss ich aber auch gleich die Kritik anbringen, diese Rahmenhandlung, die hat mich ein bisschen verwirrt. Also ich verstehe schon, wo der Film damit hin wollte, aber da hätte man noch ein kleines bisschen rauskürzen können, finde ich. Weißt du, was ich meine? Ja, ich hatte halt oft so für mich das Gefühl, dass da schon ein paar Sachen drin waren, die gar nicht notwendig gewesen wären. Wie halt eben auch seine Hintergrundgeschichte. Also es hätte gereicht, dass wir wissen, er kommt, ich bin gerade nicht, war es Kuba? War es El Salvador? El Salvador, sowas, pardon. Es hätte mir schon ausgereicht. Aber es ist jetzt auch kein Film, wo ich jetzt sage, dass da Sachen drin sind, die dem Film komplett das Genick brechen. Es ist so, der ist halt im besten Sinne nett. Ja, also das ist, der ist toll gemacht, der, man merkt halt auch eben, dass dieser Julio Toros, mein Regie, Drehbuch, Produktion, Hauptrolle, das heißt, mehr als sagen, das ist mein Herzensprojekt, kannst du ja gar nicht. Ja. Und diese, ich muss halt sagen, diese Welt, in der er spielt, diese, ich nenne es mal Kunstwelt von New York, die fühlt sich für mich halt immer so ein bisschen zu fern für mich an. Damit kann ich einfach nicht richtig connecten. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass der Film einen guten Job jetzt macht, dass ich diese Kunstwelt ein bisschen besser verstehe. Aber das will er ja gar nicht. Nee, genau. Das will er gar nicht. Habe ich auch den Eindruck. Von daher ist es auch okay für mich. Ich finde halt, was er ganz nett macht, er ist zu gleichen Teilen halt, dass er diese Kunstwelt hofiert und sie auch toll findet und zu gleichen Teilen sie aber auch sehr, würde ich sagen, satirisch abarbeitet. Ja. Finde ich. Ja, allein Tilda Swinton, die ist ja schon, wenn man sie sieht, dann weiß man, glaube ich, schon in was für einer Art Filme die mitspielt, finde ich. Und zu diesem Film passt sie perfekt. Oder sie trägt den Film auch ein bisschen. Also da weiß ich nicht, was Henne und was Alva, passend zu den Allgemälden, die passt da sehr gut rein und macht da auch eine sehr gute Charakterdarstellung, fand ich. Ich wollte hier gerade noch so am Vergleich, falls ihr Vergissmeinicht oder Science of Sleep gesehen habt von Michael Gondry heißt der, glaube ich. Michel Gondry. Michel Gondry. Genau, also er ist nicht ganz so experimentell, aber hat teilweise so Ansätze, die mich daran erinnert haben. Also gerade Science of Sleep gehe ich mit bei Vergissmeinicht, der ist halt doch ein bisschen, ja, der hat noch so diese, dieses, dieses Melancholische mit drin. Das hat der jetzt nicht. Also das, das muss ich aber auch sagen, das hat mir auch an Problemista echt gut gefallen. Ich glaube, ganz viele andere Filmemacher halt noch irgendwie auf Zwang versucht, da noch irgendeine Liebesgeschichte reinzuhauen. Entweder, dass er noch eine Beziehung hat oder dass er vielleicht mit Elizabeth connectet. Das gibt's gar nicht. Der Film ist wirklich, was das angeht, sehr fokussiert. Das habe ich auch sehr genossen. Ja, ja, der ist da fokussiert, weil er eben auch kleine, viele Ausschmückungen, Accessoires und Details dann reinbringt. Also wie diese 13 Eierbilder oder dass ihr Mann in der Kyro, wie heißt es, der hat sich halt einfrieren lassen, weil er krank ist, so lange, bis er irgendwann geheilt werden kann. Diese Rahmenhandlungen dazu. Dann kommt plötzlich dieser andere Assistent noch an den Rand irgendwie. dann diese ganze Metapher von diesem Monster in der Höhle. Da hat er eher da mehr. Oder auch die WG, in der er wohnt. Also es gibt einfach ganz, der macht kleine Mini-Schlenker in der Erzählweise, die so künstlerisch ganz schön waren. Wobei bei diesem Ehemann, der im Kyroschlaf ist, da war ich mir auch nicht so sicher. Also ist es vielleicht einfach nur so, also ich habe es so verstanden, dass der eigentlich tot ist, aber sie das halt so als Schutzwahl halt immer sagt. Nee, der ist nicht tot, der ist halt im Kyroschlaf. Aber dann würde doch ein Teil des Films keinen Sinn ergeben. Ja, aber ich hatte halt diese Elisabeth immer so wahrgenommen, dass sie halt sehr unsicher eigentlich ist. Die tut halt immer so, als ob sie halt the queen of everything wäre, ist. Aber eigentlich auch ein bisschen Angst hat. So ein bisschen wie ein Hund, der sich irgendwo verheddert hat und nach jedem schnappt, aber eigentlich gerade voll panisch ist, weil er irgendwo verheddert ist. Ja, und das war auch ein interessanter Ansatz, weil er lernt ja dann was von ihr an diesem Gehabe, ohne dass der Film jetzt unbedingt sagen will, das, wie sie sich verhält, positiv ist. Also das irgendwie, dass man aus dem Film rausnehmen kann, ja okay, so wie sie sich verhält, ist jetzt auch nicht geil, aber immer nur duckmäußerisch sein bringt halt auch nichts und manchmal muss man sich halt so verhalten, dass man auch Dinge kriegt. Oder fandst du das gut, dass er das dann übernimmt und dann auch weiterkommt? Oder war dir das dann zu, eine negative Eigenschaft, zu positiv dargestellt? Ich habe es halt irgendwie so verstanden oder so gelesen, für mich zumindest, dass es so ist, dass die Elisabeth vermutlich damals genauso war und halt mit der Zeit, sie halt zu der Person jetzt geworden ist, die sie jetzt ist und dass der Alejandro es vielleicht schaffen könnte, diesen Zirkel zu durchbrechen, indem er einfach beweisen kann, man kann halt eben kreativ und erfolgreich sein, ohne es zum Arsch zu werden. Aber ob er das wirklich schafft, das werden wir in Problemista 2 sehen. Auch großartig, er will ja Spieleentwickler werden und es wird im Spiel dauernd seine Ideen gezeigt und da fand ich manche auch sehr cool davon. Ich muss auch loben, dass der Film, also dafür, dass er vermutlich kein großes Budget hatte, sieht er auch wirklich gut aus. Der Kameramann ist ein gewisser Friedrich Wenzel, der hat zuvor mit diesem rüben Östlund viel gemacht und da merkt man auch schon, dass da Leute am Werk waren, die ihr Handwerk beherrschen. Also man merkt dem Film halt an, dass er jetzt kein Milliardenbudget hatte, aber er wirkt immer so aus einem Guss, finde ich. Obwohl er halt eben so viele Elemente beinhaltet, hatte ich nie das Gefühl, dass irgendwas sich wie ein Fremdkörper anfühlt. Nee, das fand ich auch. Der wirkte wie aus einem Guss. Das ist eine gute Beschreibung. Hat alles gepasst. Ansonsten fand ich noch ganz interessant, dass es gibt ja eine Erzählerin, nämlich Isabella Rossellini, die das die ganze Zeit halt eben erzählt. Und ich mag sowas immer. Ich weiß nicht warum, aber ich mag dieses, wenn ein Film noch so einen Erzähler oder Erzählerin hat, ich mag das immer. Ja, es darf natürlich nicht zu Exposition dampig wirken und ich muss den Film nicht mehr gut erzählerisch nutzen, weil ich habe ja den Erzähler. Aber hier wirkt es mehr wie so eine, zu diesem Märchen. Es war mal eine Mutter, die ihr Kind beschützen wollte und das Kind zog dann hinaus in die Welt. Dazu passt es ganz gut. Ja, also Märchen passt wirklich ganz gut. Ich könnte mir auch vorstellen, dieser Film ist halt wirklich sehr aus seiner Perspektive erzählt, dass man, wenn man einen anderen Regisseur dransetzen würde, der in einer anderen Sicht hätte, das vielleicht ganz anders aussähe. Vielleicht noch viel, um einiges depressiver vermutlich. Aber dieser Julio Torres scheint mir echt ein Optimist zu sein. Ja, und auch andere Regisseure hätten vielleicht den Alejandro ein bisschen loseriger dargestellt. Und ich fand jetzt nicht, dass er ein Loser ist. Nee, gar nicht. Er gibt ja auch durchaus Widerworte und weiß auch genau, wie er mit Elisabeth umgehen muss und auch in der WG passieren Dinge, die in einem anderen Film eben auf seine Loser-Art abgestempelt werden, was ich da aber gar nicht so gelesen habe. Und ich fand, ich würde jetzt nicht sagen, dass man am Ende befriedigt ist, wie mit den Charakteren umgegangen ist, als kleinen Kritikpunkt. Also da sind ein paar Sachen am Ende, dachte ich so, ja, okay, aber er als Charakter selbst, den mochte ich eigentlich gerne. Der war kein Klischee, sondern den habe ich irgendwie als sie ist da mehr Klischee. Obwohl ich bei beiden mir vorstellen kann, dass solche Menschen einfach so existieren. Ja. Ansonsten war ich ganz froh, ihn gesehen zu haben. Also er stand ja eh auf meiner Liste, denn ich bin ja so ein A24-Fanboy, ist ein A24-Film. Bin ganz froh, dass er jetzt am 13. Juni auch bei uns in die Kinos kommt, weil nicht jeder A24-Film schafft das. Und ich könnte mir auch vorstellen, das ist ein Film, da könnten auch Leute damit Spaß haben, die normalerweise mit solchen, ich nenne es mal, künstlerischen Filmen nicht ganz so viel zu tun haben, weil der ist kurzweilig, der ist amüsant, der ist halt verspielt, aber er ist dabei halt niemals wirklich anstrengend oder fordernd. Ja. Genau. Also man könnte Spaß haben an dieser Dynamik, die eben, wie du schon gesagt hast, der Teufel trägt Prada so ein bisschen. Du hast einen verrückten Boss, die total wirre Ansprüche hat manchmal, wo ich auch manchmal lachen musste. Stichwort, sie versucht auf dem iPad ein Foto zu finden. Das fand ich ziemlich witzig irgendwie. Und eben diese kleinen künstlerischen Aspekte, die wir, oder dieses spielerische, was du gerade meintest, das könnte schon gut ankommen. Auch als ich aus der Pressevorstellung kam, die meisten Stimmen klangen auch durchweg positiv. Ja. Also vielleicht ist es nicht der Film, der jetzt das Kino revolutionieren wird. Das ist es nicht. Aber wie gesagt, der Julio Toros Regie, Hauptdarsteller Produktion Drehbuch und das hat ja alles sehr, sehr gut gemeistert. Ich bin gespannt, was da noch kommt in Zukunft. Ja, also ich bin auch gespannt. Wenn das der Erstling war, dann ist das ein sehr guter Erstling. Ich habe schon hier und da Dinge gemerkt, die mir nicht so gut gefallen haben. Vielleicht ein bisschen mehr Fokussierung in der Geschichte selbst. Oder dass manche, ich mochte was am Ende auch nicht. Das hat mir, ich fand die Idee nett, aber irgendwie finde ich solche Enden nicht. Die muss man am richtigen Moment erwischen. Oder muss man irgendwie gutere Framen, weiß ich auch nicht. Also ich sage mal so, ich habe mal ein bisschen recherchiert jetzt, was den Julio Toros angeht. Und das halte ich fest. Also Problemista ist sein Regiedebüt. Er hat davor auch bei ein paar Sachen mitgespielt. Zum Beispiel bei der Serie Los Spookies. Kenne ich nicht. Er hat aber tatsächlich auch was produziert. Er ist nämlich Co-Produzent von Nimona, diesem Netflix-Anonationsfilm. Der war gut. Der hat auch hier Problemista produziert. Also der war auch als Produzent drin. Genau. So ein Tausendsasser. Ein Tausendsasser, ja. Das ist ein schönes Wort. Das habe ich schon länger nicht mehr gehört. Ja, also es ist ein spielerischer Film. Den kann man auf jeden Fall empfehlen. Da macht man nichts falsch mit. Er wird jetzt keine großen, wie du gesagt hast, der wird jetzt nicht das Kino revolutionieren. Und ich weiß auch nicht, Machen wir beide dafür. Wie lange? Wie bitte? Das machen wir jetzt beide. Ja, natürlich. Wir als Profi-Kritiker werden der, die sollen uns mal fragen. Dann wissen wir genau, was das Problem ist am deutschen. Hast du das gehört? Scorsese und Spielberg. Wir bleiben erst mal am deutschen Film. Wir fangen mal klein an. Genau. Also er wird nicht irgendwas revolutionieren. Aber ich glaube, wenn man da mit dem richtigen Mindset reingeht, dann hat man da auf jeden Fall seine Freude an dem Film und schöne spielerische Ideen, die Spaß machen. Ja. Gut, das klang jetzt gerade wie ein Fazit. Trotzdem würde ich sagen, dass du trotzdem nochmal ein Doppelfazit ziehen, weil Doppelt hält einfach besser. Oder willst du noch irgendwas anderes loswerden? Nein, hau raus. Gut, mein Fazit ist sehr schöner, sehr verspielter, sehr kreativer Film. Hat Spaß gemacht. Wenn der bei euch in der Ecke laufen sollte, dann gebt ihm bitte eine Chance. Und ja, der ist wirklich, ich nenne es mal, das ist so ein Arthouse-Kino, das dann auch den Nicht-Arthouse-Gucker, glaube ich, gefallen könnte. Das ist, finde ich, schon viel wert. Und deswegen definitiv eine Empfehlung meinerseits für Problemista. Alles klar, wunderbar. Bist du jetzt zufrieden? War ich eine Problemista? Oder es passt schon Nista? Ja, ich meine, manchmal hast du schon so ein paar Macken, die sind schon schwierig. Zum Beispiel, wenn es heißt, boah, zieh dir bitte mal ein anderes T-Shirt an oder zieh dir überhaupt mal was an, wenn wir podcasten. Das ist schon sehr... Aber ich podcaste so gerne nackig, nur mit Socken. Ja. Ich trage meine Socken immer über den Kopf. An den Ohren. Damit die Ohren schön warm sind. Genau. Okay. Ja, aber auf jeden Fall, mir wurde wieder warm ums Herz, als wenn ich mit dir podcasten. Also auf jeden Fall. Mir würde es auch sehr warm ums Herz werden, wenn ihr mal unsere Webseite abcheckt. Nämlich www.tele-stammtisch.de Außerdem könnt ihr uns finden überall dort, wo es Podcast und Likes gibt. Und ich würde jetzt gerne noch eine Werbung machen für Schlogger, aber ich merke gerade, dass gerade so ein Hustenreiz hochkommt. Deswegen, Schlogger, musst du die Werbung heute mal alleine machen. Ja, mach ich doch gerne. Und dir gebührt das letzte Wort. Okay. Wir lassen Stu heimlich im Hintergrund husten. Ich glaube, er mutet sich da einfach raus. Aber ihr könnt es euch vorstellen, dass du gerade in den schönsten, künstlerischsten Tönen hustet. Und wenn ich dabei wäre und als Hustenkritiker würde ich dem ganzen 5 von 5 Hustensterne geben. Wofür war ich nochmal hier? Ach ja, ich soll Werbung für mich machen. Genau. Schlogger.de ist meine Webseite. Da findet ihr meine Bücher. Ich schreibe und zeichne über Kommunikation mit Kindern, über Kommunikation im Streit oder auch über Angstzustände. Da habe ich jetzt ein kleines Buch gemacht. Das könnt ihr auf Schlogger.de finden oder im Schlogger-Shop. Einfach direkt kaufen. Oder ihr wollt keine Katze im Sack kaufen. Dann könnt ihr auch auf Social Media wie dem Telestormtisch mir auch folgen unter The Englischer Artikel Schlogger also The Schlogger auf allen Social Media Kanälen, die euch lieb und teuer sind. Aber das war erstmal genug Werbung. Wir hören uns bei der nächsten Besprechung. Vielleicht würdest du dann schon am Anfang husten, damit wir da den Huster künstlerisch bewerten können. Vielleicht würde es aber auch nicht machen. Und es wird eine ganz normale Besprechung. Seid dabei auch beim nächsten Mal. Und bis hierhin danke fürs Zuschauen. Und zu hören zuschauen. Keine Ahnung, wo ihr gerade hingeguckt habt. Auf jeden Fall danke fürs Zuhören. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Telestormtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.